willkommen zurück bei astrobot in der letzten episode hatten wir diesen tollen der will hier gemacht aus dem ei gepellt und eine herausforderung ich glaube sogar zwei herausforderungen wenn mich nicht alles täuscht oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht ist auch egal dafür wollen wir jetzt frisch geschlüpft also einen endboss machen so danach kommen eigentlich auch nur noch zwei welten und zwar die da hinten und die da oben und dann haben wir das spiel auch schon durch ja also haben schon über die hälfte geschafft und jetzt bin ich mal gespannt wie dieser boss gegner aussieht es frisch geschlüpft klingt für mich wie ein vogel viel lange rede kurzer sinn wir schauen mal rein gucken wir mal wie sich dieser boss gegner äußert okay okay also wir sind auf jeden fall in einem sand level angekommen sand sand ist gut oder auch nicht ich weiß es nicht machen wir das ei kaputt das wird den boss gegners war überhaupt nicht freuen wenn ich hier seine familie so dezimieren aber das ist nicht mein problem was war das jetzt kommt überhaupt hoch wie komme ich jetzt hier hoch hallo so gut das war interessant also das habe ich nicht nur mitgerechnet dass man das so händeln kann okay hier bekommen wir scheinbar wieder den greifarm den greif haken ich ehrlich gesagt man kriegt diese blöden sterne am anfang das war doch in diesem level oder und dann brauchen sie hier nicht zu benutzen das finde ich ein aber da sind sie ihrer linie nicht treu geblieben möchte ich meinen so den kollegen einmal hier drauf gedödelt und dann mal hier umgenockt dann kommen wir nämlich da rüber und einmal hier drauf und auf geht's zum boss oder auch noch nicht nächstes noch nicht der post darf doch da vorne kommen ne kommt jetzt ekelhaft ist eine taube oder was wer bist du guten tag viel zu sehen was willst du jetzt okay das alles was müssen jetzt machen also alles klar interessant 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 muss man auch mal herausgeben was das spiel von einem will okay es ist etwas windig geworden hier da sieht aus wie eine bombe oder sowas und da ist auch ein vogelvieh drauf was besagt nicht picken hallo bin ich glücklich auf die falsche taste gedrückt das war jetzt nicht wirklich nicht so schwer oder also da mal zu hüpfen so komm herr kollege jetzt hat man hier alles klar erhöht doch schwierigkeitsgrad verstehe so kommen ja kackvogel so und wieder nein dieser hässliches glotz so und noch einmal bist du brüllberger also gut ich meine der ist jetzt nicht ich wollte gerade sagen es ist nicht so schlimm schwer ähm was soll ich denn da jetzt machen wie soll ich denn das wie soll ich denn das jetzt handeln wird das kacke hallo oh nein wieso denn das jetzt ach das ist ja blöd na gut fangen wir noch vorne an haben wir wenigstens wieder alle leben da ist jetzt auch nicht so schlimm kontrolle ist gerade ein bisschen außer rand und band siehst du schon sehr schlicht andersrum auf einmal okay diesmal geht das von der anderen seite zum glück können die typen keine leben abziehen das wenigstens etwas so dann noch dich doch mal da da hier rein was da dran so schwer junge so machen wir deine hässliche flieger brille kaputt die absolut hässliches auch zu ihm passt irgendwie ja ist schon cooler gegner muss ich wirklich sagen also gefällt mir ich weiß nur nicht weil welche beweggründe die blätter haben hier zu sagen ey der macht jetzt so viel wind da muss ich doch unbedingt wachsen ich schätze mal die herausforderung wird dann hier wieder sein einfach mit allen herzchen zu überleben so wie immer bei den bossen das ist ja eigentlich eigentlich easy hier so noch sag ich mal wie sie kommen wieso jetzt dreimal im mono zweimal gemacht oder ich weiß es gar nicht mehr sogar so jetzt kommen hier hoch und dann hier wieder einmal einloggen sehr gut und einmal hier einloggen hallo controller und wieder in sein auge rein warum haben diese gegner eigentlich alle irgendwie weiß ich nicht da der erste war ja king kong der hatte kaputte zähne was waren der zweite noch mal der zweite war hatte octopus der wusste auch ins auge warum haben die denn eigentlich immer so meint es sind boss gegner warum haben die die schwachstelle auge nein doch das war natürlich jetzt blöd ernsthaft leute sorry aber was ist denn das jetzt für ein mist warum denn hier wo man sich überhaupt nicht sieht das war jetzt echt unnötig wirklich das war wirklich unnötig ich schätze mal vier mal wird es diesmal sein dass dieser fußboden hier aktiviert wird warum haben die denn eigentlich kein problem mit diesem britzel fußboden mal ganz ehrlich so einmal hier bitte einloggen hier einloggen hier einloggen hier einloggen hä muss ich da einloggen ahja dann hier dann machen wir das so dann der davon komisches hirn auf der bürger ok trophäe bekommen ja gut ich voll auf den deckel bekommen gab es voll einen auf die zwölf würde ich sagen und wir haben wieder ein neues raumschiff bauteil müssen wir treffen jetzt meine büte was ist denn das schönes das sieht aus wie das triebwerk ja das triebwerk geil haben wir ein triebwerk in den controller damit so irgendwas ist mir trotzdem so entschuldigung ich muss gerade noch mal gucken aber irgendwie ist es verklappert so manchmal jetzt klappert das hier du dorfkopf so das ding haben wir freigeschalten gut neue herausforderung vogelfrei wir sind so vogelfrei und da ist das neue bauteil du hast ein neues schiffsteil drei von fünf insgesamt so naja gut dann doch doch mal an hier und jetzt was fehlt uns eigentlich noch die brille fehlt jetzt noch ne und ich weiß gar nicht mehr was das letzte teil ist hm gucken wir mal hi hoi so das ist welt 4 das ist unsere spiele galaxie mit den tollen herausforderungen und zwar die vogelfrei herausforderung nehmen wir doch glatt mit ich hätte mal wie gesagt das ist wieder der boss gegner einfach nur mit so viel wie möglich leben überleben also mit 2 in dem fall nö was anderes wird es nicht sein genau wie immer hi so und wir landen auch direkt auf der plattform so ich wollte mich nochmal umgucken ob da hinten noch der rest vom level ist so nochmal die zwei herzchen und dann einmal hier drüber eiern wäre blöd gewesen wenn ich jetzt schon irgendwie versagt hätte ja alle palmen bitte mal weg boah scheiß der mir wieder aufs visier ekliger vogel so weil halt einmal nicht genug ist dass der kollege auf den deckel bekommt muss ja noch ein zweites mal bekommen macht ja nix schaffen wir denke ich mal wo kommt der eigentlich wo kommen die gegner eigentlich her spuckt er die aus seinen naja ihr wisst schon woher hä ich möchte eigentlich gar nicht wissen wo sie herkommen so phase nummer eins das haben wir geschafft denn auf zu phase nummer zwei wieder auf die großen blätter verraten warum ist der neben das blatt gehüpft verratet mir das mal warum ist jetzt neben das blatt gehüpft der doofkopf so ein honk eh mal ich will hier raus kommen sie her ja 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 los mach wind ach da spuckt die alles klar das hat mich jetzt echt mal interessiert du das das würde mich jetzt echt mal interessieren wie er das gemacht hat einmal nach oben jetzt haben wir es auch gleich ein bisschen schneller gemacht ich habe so überhaupt keine ahnung warum ich da achso weil die blätter sich noch bewegen das war wahrscheinlich der grund gewesen oh boah bewegen sich aber auch heftig hier nochmal so sagen es sind ja zum glück nur drei phasen die der kollege hat aber genau muss halt auch treffen ja fertig wupu ja nochmal ok fertig stand komm her komm her komm her du olle geier so phase 2 done go 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 los 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 du lutscher eh das ist nicht okay das ist nicht okay die blätter sind diesmal glaube ich anders angeordnet oder nee ah was ernsthaft da kam doch gerade gar nichts was war denn das jetzt das ist wirklich heute echt nicht mein tag die aufnahmen sind alle nicht so gut heute ich hab das schon besseres erlebt weg damit alles geschlabber ja 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 los brüll man 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 das nimmt mir nämlich auch gerade so ein bisschen die lust ganz ehrlich was war denn das gerade für ein mist wirklich irgendwas gespuckt ich hab's nicht gesehen wirklich nicht ma ich auch noch mal so Phase 1 abgeschlossen auf zu phase 2 so oh oh god Au uh So, gucken wir noch mal. Das soll doch zu schaffen sein, Mensch, oder? Vogel. Kackvogel sogar. Dich kriege ich schon noch platt, du. Heini. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Rein der Olds brauchst du, glaube ich, nur relativ weit außen an irgendeiner Stelle zu hüpfen. Und das sollte eigentlich machbar sein. Hier kann man sogar stehen bleiben, da oben. Okay. Gut zu wissen. Dass der im letzten Moment immer noch mal nachzieht, finde ich komisch. So, okay. Jetzt will ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder von diesem blöden, was auch immer es war, getroffen werde und von dem Blatt runtergekickt werde. Weil dann verliere ich nämlich echt die Lust. Ach hier, Blätter. Das kann sein, dass er mich so ein blödes Blatt getroffen hat, ne? Äh, Feder. Nicht Blatt. So, okay. Jetzt sind wir schon mal hier. Schon mal viel getan damit. Oh Gott. Ja. Phase 1. Oh. Hilfe. Nein! Oh Mann! Sonst spuckst du die Wecher immer in die Mitte, du Kackvogel. Oh, das tut mir jetzt echt blöd und mal leid. Was ist denn noch heute los? Ich habe heute so ein Pech, ne? Wow. Das ist unfassbar, was ich heute für ein Pech habe. Mann, ey. Ich meine, der ist nicht schwer, aber diese eine Stelle da, ne? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Wenn ich hier oben bin, dann ist es alles okay, dann geht das ja. Geht das ja eigentlich klar, ne? So, einmal einloggen, bitte. So. Phase 1 fertig. Meine Güte, alles ganz schön federn, der Kollege. Das war knapp. Entschuldigung. Arsch. Nö. Okay. Gut, haben wir, haben wir, haben wir. Der wieder da drüben, oder was? Lass dir mal was Neues einfallen, Junge. Du bist echt, uah, jetzt werde ich bein runter gepurzelt. So glatt hier. Wollen wir mal ein bisschen streuen. So, und dann hier einloggen. Uh, war knapp. Ich habe beinahe mit seinem scheiß Schnabel getroffen. So, auf zur verhassten dritten Phase. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das macht ja trotzdem Spaß, aber das ist nervig. Au. Ich meine, ich brauche mich ja hier an der Stelle ja gar nicht irgendwie zu beeilen, oder? Oh Gott. Fuck, Feder. Oh, knapp, ey. Wenn ich es jetzt nochmal, wenn ich es jetzt hätte nochmal machen müssen, hätte ich gesagt, ne, sorry, ich habe keine Lust mehr. Irgendwann ist ja auch mal gut. Sag ich mal, ne? Ja, okay, da kannst du. Oh. Was mache ich denn? Oh, shit. Ich gucke immer noch so ein bisschen nach oben, dass ich schon mal erahnen kann, wo er denn hinäumelt. Oh Gott. Er macht das eigentlich jedes Mal schneller, ne? Er lockt jedes Mal schneller ein. Hä? Ich habe halt immer die Befürchtung, dass wenn ich zu langsam bin, er dann irgendwie das Seil abmacht oder so. Oh, ich habe noch mal Glück gehabt, ey. Au. Oh, wir haben es ja zum Glück mit zwei Herzen diesmal geschafft. Oh, joi, 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 joi. Das war nervenaufräumend. Das war wirklich nervenaufräumend. So. Geschafft. Gut, 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 gut. Nee, nicht noch mal, auf keinen Fall. Nie wieder. Mh, mh. Mh, 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 mh. Nie, 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 nie wieder. Nein. Nö. Ne. Bin ich raus. Sorry. Vogelfrei. Vogelpenner höchstens. Oder Kackvogel. Ist auch ein sehr schönes Wort. Muss ich mal so sagen. So, zurück. Okay, Welt Nr. 4. Schauen wir doch mal was uns da erwartet. Der sanfte Riese. Das ist wahrscheinlich nicht der weise Riese. Hashtag Werbung. Sondern der sanfte Riese. Gibt es überhaupt den weißen Riesen noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, 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 äh. Sag mir das mal. Gibt es den weißen Riesen noch? Keine Ahnung. Ich gucke schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Weil der eh nur noch ein Mist kommt. Aber ich glaube, das sagen ja sehr viele Leute. Oh, ich glaube, ich kann, ich weiß, was für ein Level kommt. Äh, nicht, dass ich ihn schon mal gespielt hätte. Nein. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Und dann fand ich ihn mega gut. Hier, die Blumen. Hier. Die Blumengrub. Oh je. Oh. Wurde ich bei einer Runde gefallen. Also. Todtechnisch runtergefallen. So, haben wir. Drüben ist noch. Bin ich denn da? Eine Ananas. Nehmen wir mit. Hä? Ich höre hier die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt in die Wolken. Und treffen da den sanften Riesen. Ja. Sieht gut aus. Einmal nach oben, bitte. Yeah, 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 yeah. Oh. Ich mag den Teppich. Oh, da ist ein Kopf. Guck mal, da ist ein Kopf. Was gibt es da oben? Was ist da los? Wie kriege ich den nach unten? Hallo? Hallo? Was seid ihr denn für Wildlinge hier? Hä? Was kann ich gegen dich an tun? Das müsste ich halt gerne machen. Aber hier ist auch nichts irgendwie. Hm. Vielleicht nur Deko. Könnt ihr sein. Hier diese Wildlinge wieder, ne? Am letzten Mal hatten wir die Punks. Jetzt sind es die Wildlinge. So. Ich mach hier durch. Boom. Das war wohl nix, hä? Du. Oller Hammer. So. Äh. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht. Na toll. Was erwartet mich denn hier vorne? Irgendwas maschiniert doch hier vor sich hin. Neues Werber gefunden. Etwas maschiniert. Ne. Ist das ein Adjektiv? Ach, ich hab keine Ahnung. Frag mich doch sowas nicht. Hier der Kaspar Kopf. So. Und jetzt kommt das, was ich eben, wie gesagt, schon Trailer gesehen habe. Man läuft auf seinem Arm lang. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Was willst du von mir? Gehen sie fort? Halt. Ich muss mich grad mal umgucken. Der ist cool. Der ist richtig cool, der Typ. Aber ich hab immer noch die Befürchtung, dass ich jetzt irgendwo da durch den Bot vergessen hab. Hallo? Wo bin ich denn? Da. Oh. Tut doch nicht sowas mit mir. Ah, da oben ist einer. Oh. Oh. Äh. Ne. Das war verkehrt. Hm. Ist ja kreuzgefährlich hier. Kann man hier nicht mal ein paar Bilder aufstellen oder sowas. Vorsicht. Äh. Gefahr und vorunterfallen oder irgendwie sowas. Jetzt kommen wir wieder so Spuckknecht. Vergiss es. Ist nicht. Oder Schleimbatzen. So. Weg mit dir. Hier ist auf jeden Fall wieder... Wieso ist denn der da hinten? Das bin ich nicht in Ordnung. Ich muss mich wieder drehen und wenden. Äh. Hoch. Mach doch sowas nicht mit mir. Wie ist er denn? Da. Wie viel haben wir denn? 3 Grad mal. Also entweder ist der Level noch ziemlich groß. Ja. Oder ich hab schon irgendwo... Ich kann ja mal gucken. Ne. Ich hab noch keinen verpasst. Ich hab noch keinen verpasst. Das wollte ich nur grad mal... Klarstellen. Wir haben hier noch nix verpasst. Der nächste ist da oben. Cool. Und meine Antenne wackelt. Das fand ich grad lustig. Hab ich vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Gegners. Hallo. Ähm. Komm schon hier hoch. Muss hier irgendwie technisch werden. Ja. Ah. Okay. Guck an. Aber. Ist mal ganz ehrlich. Wie komm ich denn da hoch? Hallo? Ist zu hoch. Ach hier hinten. Guck. Ist versteckt. Cleverer Entwickler. Ganz clever. Ich hab euch doch geschaut. Ich kenn euch doch. Ich weiß doch selber wo es verstecken wird. Oh hier wieder so ein Weintrauben junkie. Oh ich liebe Weintrauben. Ich liebe sie so. Ah jetzt hätte man es auch gesehen. Ach das ist der da vorne. So versteckt war es jetzt gar nicht. Man hätte nur einfach weiter mit der Kamera fahren müssen. Hey. Hey. Das ging gerade die Düse nicht. Hä? Da war einer. Da haben sie versteckt. Fand ich gut. Oh ich mag den. Guck mal den Look von ihm. Ich finde den so toll. Der hat irgendwie sowas. Das ist sowas Knulliges. Guck. Der hat so tolle große Augen. So. Nummer 7. Mir fehlt nur noch einer. Wo ist dieser Schuft? Hab ich da einen vergessen irgendwo? Nein? Ah wir haben das Chamäleon vielleicht irgendwo verpeilt. Hallo? Bist du Chamäleon? Ich muss ihn noch rumdrehen. Ich würde sagen, es haben wir verpeist. Macht nix. Macht kaputt. Du hast dich kaputt gemacht. Boah. Äh. Hallo? Huuu. Ach da was. Da ist Chamäleon. Da ist Chamäleon. Ja. Cool. Äh. Bin ich da wirklich runter? Juhu. Wo ist denn jetzt der Bot? Ich hör ihn. Ich seh ihn aber nicht. Ich seh ihn nicht. Ich hör ihn aber. Wo ist der? Warte doch mal. Ich hab grad echt keine Ahnung, wo der Kollege ist. Wo ist das kleine Kerlchen? Hallo? Ich hab da so'n dumpfes Gefühl. Hallo? Ich hör ihn halt die ganze Zeit von dem Bot ausgehend, ne? Ich hab auch keine Ahnung, wo er ist. Hallo? Ich glaube, dass... Soundtechnisch ist... Bei dem Spiel noch ein bisschen was zu machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil... Hm. Ist denn der? Hallo? Ich geh mal davon aus, der war da irgendwo drin, ne? Mist. Hä? Ah, da! Da ist er! Ich hab ihn doch gehört die ganze Zeit. Den kleinen Knuffi Mats. Ja, jetzt haben wir alle. Oh, ich hatte... Das ist ja immer meine... Meine größte Sorge, dass ich irgendwo was verpasse oder nicht mitbekomme, ne? Oh Gott, ey. Sowas hasse ich ja. Also irgendwas zu verpassen. Oha. Ich kann ja zum ersten Mal von so einem Hammer getroffen werden. Das wäre der Hammer gewesen. Hahaha. Hm. Oh Gott. Zum Glück hat's mich hochgeglitscht. Gehen Sie weg, Sie oller Schlapperlatz. Uah! Ernsthaft? Nehmen wir die Kralle weg, Kollege. Er hat mich beinahe runtergenockt. Hey! Faszinierend. Pass auf, am Ende müssen wir denn gegen den kämpfen. Ich hoffe... Was ist denn jetzt Phase? Ähm. Hallo? Ja, gut. Nun... Das war ja jetzt nun... Würde ich mal sagen, keine so große Herausforderung. Darf ich da drauf? Yeah! Er freut sich. Er lacht. Oh, wie cool. Ähm. Ja, die große Herausforderung besteht jetzt einfach da drin, auf seine Handfläche zu springen. Scheiben wir. Au. Da freut sich, der lachter. Ja, das ist knuffig. Komm, Kollege. Wunder mit der Kralle. Oh. 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 Junge, 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 Junge. Das war knapp. Knappe Kiste, Digga, oder? Hehehe. Oh. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist toll. Es ist wirklich toll. Jawohl. Oh. Verdammt. Einen Ring verpasst. Einen Ring. Sieht du, Knechten? Verpasst. Naja. Macht nix. Macht nix. Macht nix. Dafür haben wir ansonsten alles eingesammelt. Alle Bots. Das Chamäleon. Und unseren neuen Freund hier. Hallo. Tschüss. Oh, der war knuffig. Den fand ich süß. Gut, 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 gut. Der sanfte Riese ist versanftet. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Okay. Da haben wir das Chamäleon. Und somit eine neue Herausforderung. So. Ich habe Münzen eingesammelt. Da ist eine neue Herausforderung. Und zwar die wildeste Fahrt. Ich wollte jetzt schon wildfest Fahrt legen, aber das hat keine Sinn angegeben. Da war ein Buchstabe irgendwie anders. Genau. Aber diese Herausforderung und die Kirmeskarambolage sehen wir in der nächsten Folge bei Astrobot. Und ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, fürs Da-Dran-Bleiben, fürs Einschalten, fürs Mitmachen. Was sage ich denn sonst immer noch? Ich habe es gerade vergessen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Und tschö mit Ö. Macht's gut.